Alter, ich habe gerade so lange Fortnite gespielt, ne? Mein Ame wird zwar am Arsch sein. Soll ich dir sagen, was ich die ganze Zeit gespielt habe? Ich habe die ganze Zeit Final Fantasy gezockt, ich habe gar keinen Tutor gezockt. Ja gut, dann... Dann ist mein Ame richtig im Arsch. Warte mal kurz, was nimmt man hier am dümmesten? Soll ich jetzt alter viel drücken oder später? Äh, ich glaube, so bei einer 0,1 KD könntest du dann alter 4 drücken. Nee, da könnte ich mich noch freuen, alles drunter wäre schlecht. Ich gehe einfach mal rechts lang, weil ich kenne die Map immer noch nicht. Ich gehe einfach links und freue mich wie ein Kick. Du schaffst das, du packst das, ich glaube an dich. Ich bin so tot. Fuuuuh. Ah, danke, Io, Alter. Ja, easy. Die Profi Maeve ist am Dingsen, ich muss hier weg, Hilfe, Mama, ich bin tot. Ja, mach das. Aber ich dachte gerade, da fällt man runter, das wäre jetzt gewesen, aber da fällt man nicht runter. Oh, moin Sin, wie geht's, wie steht's, komm ran hier. Ah, nee. Er macht es nicht so... Alter, Bomb King. Ja, gegen Sinn kann ich halt einfach nichts machen, der blockt halt einfach ab und dann... Ist er ausfümmig. Können wir den nicht einfach verpannen? Einfach so aus dem Spiel rauslöschen oder so? Nee, so komplett aus dem Spiel. Ja, ich hab Bomb King. Jetzt kann ich glücklich sein. Jetzt kann ich mir zur Schulter klopfen. Ey, willst du mich verarschen, Alter, ich laufe um die Ecke, da kommt die Nero gleich. Ich hab 150 HP. Ich liebe mein Leben. Es läuft so extrem gut. Da will ich doch gleich suchten. Ja, weiter rein kann ich nicht, ich bin da scheiße drin. Oh, Mama, Hilfe. Hilfe, Hilfe, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Alter, ich hab... Ich hab so low gemacht und die heizt sich aber wieder mit ihrem scheiß Kuh. Hi, Inara. Oh, nein, ich will hier weg. Wir haben 80 HP, ich bin tot. Ich hab auch so sehen goldet, aber war nicht so schlecht. Scheiße, falscher Knopf, Alter. In diesem Game läuft einfach alles, was schieflaufen kann. Finde ich gut. Wir sind einfach absolut verplant. Allerdings Champions of the Fail, Alter. Ja, ich glaube, ich Photoshop einfach mal das Paladins-Logo und schreib das einfach so rein. Nicht Champions of the Real, sondern Champions of the Fail. Los, Kalaboy, wir packen das zusammen. Hier, zack, easy. Ich muss erst kurz lernen, ich muss erst kurz lernen, zu aimen, okay? Ja, easy, ich hab gekillt. Was ist aim? Ich kann das nicht mehr definieren. Point or direct. A weapon or camera. At a target. Aim the camcorder at some... Ich glaube, ich hab heute zu viel Kaffee geschossen. Obwohl ich eigentlich gar keinen Kaffee trinke. Alter, die ist so low. Du bist gerade voll an der Tyra vorbeigelaufen. Und die hat die zwei Leben oder so. Welche Tyra? Ich bin blind. Ich hab der Granate gegeben, Gott. Der hat mir den Kill geklaut. Auch wenn ich's nicht gesehen hab. Äh, ich hab die low geschossen zweimal. Du hast mir den Kill geklaut. Gibt's nicht. Du hast halt auch noch... Höf, ich will hier weg. Schnell weg, hier. In Nero, geh weg. Der war so richtig... Der war so richtig verzweifelt hier am Try. Der höf, ich muss mich verstecken. In Nero greift mich an. Haha, komm, den Kill ich noch. Easy, easy. Komm, 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 komm. Schon wieder... Nein. Da kann ich sagen, was du willst. Das war schon wieder easy hier. Das Spiel gönnt nicht. Achso, übrigens. Ich muss dir was Tolles erzählen. Wir können zwar nicht monetarisieren, aber uns ist das egal, ne? Wenn ich jetzt in diesem Video nur sage... Hä? Ja, er hat das gesagt. Das böse Wort. Dann würdest du sofort demonetisiert werden. Selbst wenn ich das Wort auspiepsten würde, ne? Selbst dann würde es wieder noch demonetisiert werden. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, was ist das denn für ein Schwachsinn? Viele, viele. Was war das jetzt? Ich dachte, da kann man hochfliegen. Hä? Also, du kannst die Videos anschauen, so du merkst nichts, aber die sind halt einfach alle weggestrikt, so. Lull. So, als würden die einfach weggestrikt, wenn so... Nein, nein, also ob... Ja, ich höre dir noch zu. Als wäre das nicht so, dass sie das anschauen würden und dann sagen würden, okay, nee, das geht nicht, das können wir nicht monetarisieren, sondern dass halt einfach alles nicht monetarisiert ist, was sie nicht angeschaut haben, um zu kontrollieren, dass es geht, so. Als müssten die nicht so kontrollieren, ob sie es wegbannen können, sondern als müssten sie erst mal kontrollieren, ob sie es zulassen können. Und eine Katja ist immer noch monetarisiert, wohlgemerkt. Ja, natürlich. Brick Cash, ne? Aber ey, wirklich auch viele große Laserbeam und so. Warte mal, Tank? Wir haben Tank? Oh, wir haben Tank. Äh, lull. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wir haben ja einen Tank. Äh. Sind wir noch mit dem Tank? Nööööö. Habe ich die Ash jemals gesehen? Ey, was für Schaden ausgeteilt, der ist doch tot, der Junge. Erzähl mir doch kein Scheiß. Los, Tyra, komm ran hier, komm. Die sind ja auch links außen, links außen, links außen. Oh shit, ich brauche Hilfe. Ja, easy. Tyra, weg vom Fenster. Über die Tür. Ah, Bomb King. Ah. Oh, Hilfe. Ich habe doch 200 HP. Ich muss rennen. Mami, Hilfe. Nein, geht weg. Ich habe noch 80 HP. Ich beschütze dich. Ja, ich sterbe dich. Ey, wir sind beide hier laut in der Ecke. Hilfe. Warte kurz, warte kurz. Ich mach den, ich mach den. Alter, wie der ist sich immer so scheiß drauf macht und so. Jetzt sterbe halt uns. Ich mach das. Ich mach das. Ja, easy. Ich bin tot. Unsere Ash flenkt dann einfach den Bomb King weg. Ja, immer so. Ja, richtig so. Tschüss, Ash. War schön mit dir. Oh ja, genau. Jetzt ruft mein Vater. Egal, die Runde geht noch. Die Runde geht noch. Die Runde geht noch. Ich muss nur kurz gleich, wenn die 30 Sekunden abglauben sind, kurz Ansage machen. Oh, Mama. Sinn, geh weg. Nein. Äh, ich glaube, wir haben ein Problem. Warum? Ich glaube, wir verlieren. Waaah? Wie geht denn das? Wie können wir verlieren? Die schummeln, die schieten. Das ist alles denen schuld. Ich bin tot. Ja, ich glaube, dann kann ich auch einfach die Runde quiten, oder? Redgequid, alter Vier. Ich hab keinen Bock mehr. Raus hier. So, Jungs. Jetzt sind wir alleine. Und falls wir irgendwie mal eine Frau dazukriegen auf diesem Kanal, auch Hallo Frauen. Ähm, ich bin jetzt hier euer Moderator. Okay, hör auf. Ich hör auf mit dem Scheiß. Ihr seid ja eigentlich für Gameplay und nicht für irgendwelche unlustigen Witze. Äh, so. Wart mal. Wo sind hier die Gegner? Hallo? Komm zu Papa. Hallo? Ich hab mal welche. Lass mich nerven. Die muss ich nicht angreifen, weil die macht mich eh kalt. Der Bot behauptet sich jetzt gegen die hier. Easy going. Ich bin tot. Jetzt sehen wir hier Profi-Gameplay von Ash. Ash, du schaffst das. Ich bin mir sicher. Bin mir ganz, ganz sicher, dass du das schaffst. Ja, oder auch nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Da fliegt ein Zinn rum. Ja, alles klar. Ich hab's vorhin versucht. Bin in Insta gestorben. Geil. Verloren. Ja, gut, ne? Das war ein optimales Gameplay. Kann ich so auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaub, ich nenn's einfach wirklich fail, geb der. Und er hat das so hoch. Mein Gott nicht, ne? Hört sich jeder anschauen. Weiß ich jetzt schon. Mom King, du bist mein Mann. Oh, mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020